Fachhofen-Geschäftsführer Michael Dagwerker, du bist zuständig für die Seilbahnen in der Wirtschaftskammer. Heute gab es eine Pressekonferenz, Anlass war ein parlamentarischer Antrag der Grünen. Um was ist es denn genau gegangen? Das heutige Pressegespräch war der Anlass, dass die Grünen einen Antrag gestellt haben an das Parlament unter dem Titel Wie klimafit sind die Skigebiete? Darin geht es hauptsächlich um Beschneiung. Aber vor allem im Begleitschreiben kam sehr viel Zweifel an der Zukunftsfitness der Skigebiete heraus und das war für uns Anlass, hier direkt zu reagieren. Nicht über den parlamentarischen Weg, also nicht über den zuständigen Tourismuslandesrat, sondern wir wollten hier direkt Rede und Antwort stehen, weil das Thema so immens wichtig ist und hier nicht über Dritte agiert werden soll. Weil die Grünen hätten genauso gut direkt an uns herantreten können. Wir wären mit Ihnen gerne in die Diskussion, in den Diskurs eingestiegen. Wir hätten Ihnen genau die Zahlen, Daten, Fakten, die wir jetzt dem Tourismuslandesrat geliefert haben, Ihnen direkt gezeigt und hätten gerne mit Ihnen darüber debattiert, wo der Wintertourismus in Vorarlberg sich hinentwickelt. Weil wir sind der Meinung, es ist eine ganz wichtige Stütze der Vorarlberger Wirtschaft, der Wintertourismus und Beschneiung ist ein Teil davon, um diesen Wintertourismus aufrechtzuerhalten. Hatte man sich denn so eine Tonalität in der Anfrage erwartet von einer Regierungspartei? Von einer Regierungspartei sicher nicht. Von der Opposition vielleicht ja, aber nicht von einer Regierungspartei. Weil eben das Infragestellen eines so wichtigen Wirtschaftszweiges, bin ich der Meinung, steht einer Regierungspartei nicht an. Wie ist da das weitere Vorgehen nun? Was kann man sich da erwarten? Wir haben im Pressegespräch eine Einladung ausgesprochen an die Grünen, zu uns zu kommen, mit uns an einem Tisch zu sitzen und dieses Thema auszudiskutieren, in einen Diskurs zu treten. Und am Ende, ja, man wird sich wahrscheinlich nicht in allen Punkten einigen, aber vielleicht doch das andere gemeinsam entwickeln zu können. Vor allem Verständnis, gegenseitiges Verständnis. Dann wünsche ich für die Gespräche gute Nerven und viel Erfolg. Vielen Dank. Vielen Dank.